so jetzt kommt hier der endboss ja immer mit der ruhe der echt lustig wird weil der haufen kleine minions bohnt kann ich sonst noch etwas in die zweite ausrüstung eigentlich nehmen was kann man da reinnehmen machen oder was in den inventarslot der sich noch geöffnet hat wo der schraubenschlüssel und der mensch da ist das sind klassenmodifikationen haben wir noch keine ok das sind klassenmodifikationen da rein tun kannst du was für eine aktion marco verklickt weil schön gerade im linken bildschirmrand ruft er plötzlich quer über eine granate so fertig also perfekt schön dass du dich direkt auf da ich bin alle in den da kommt auch ein bisschen mehr er geht auf mich jetzt nicht mehr ja ja Was ist das Ding? Ich hab' den Kopf mit dir gebrochen! Ich hab' den Kopf gebrochen. Ich muss auf dem Boden unter ihm ziehen. Aua. Kann ich nochmal heilen? Aaaaaah. Aber ich bin da oben. Cool. Der hat auf dem Punkt Racketen geworfen. Äh, Quads Granaten geworfen. Können wir übrigens das gleiche wieder erleben. Weil der respawnt. Äh, der resettet. Ich hab' das Gefühl, ich lock' den. Gibt's keine Wachenauswahl davor? Jetzt haben wir da weniger zum Schießen, oder? Naja, weniger Kugeln, ja. Ja. Sollen wir ihn nochmal zurücklatschen? Nö, komm' wieder her. Ach, es geht einfach weiter, oder was? Das überleg' ich gerade, weil hier ist nichts mehr. Doch, der steht noch da. Ne, der resettet auch gar nicht. Der behält das Leben, was er vorher hatte. Wow, aber den Granaten muss er ausweichen. Der wirft. Boah. Ich hab' den ausweichen verziehen. Also, wie du den nicht schaffen kannst, musst du doch. Na, muss den Kauen jetzt. Der haut dich voller Mühe. Aber. Ja, du schießt das denn. Doch, Kanaten. Was ist das denn? Scheiße. Hälfte Hammer! Hälfte Hammer! Wollt mich jetzt verarschen, oder? Ich weiß. Ich bin runtergefallen. Ich auch mal. Das hat mich schon gezielt. Au. Kann mir nie helfen. Lass. Was? Mach' hier. Da lehne Platz. Hab' keine Mutti mehr. Das ist auch klein. Eh, du musst ihn halt nicht einmal ablenken. Mach' das ja schon die ganze Zeit. Ich kann nicht auf den ganzen Stadt aufweichen. Sonst wird er mich überlassen. Scheiße, was ist denn da gewesen? Guck, hier krieg ich nichts mehr. Ja! Da kriegt neue Stärke durch das fette Pi, ey. Hier ist ne Transfusion wieder. Ist das geil. Wir haben es grad noch so geschafft. Wir haben hier einen Transfusion-Kanal, 35 Schaden. Äh, nein. Wir hätten doch einfach Kleidersding aktivieren können, oder? Und das ist einfach nur klauen, das wäre so einfacher gewesen. Du solltest die Liene jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt höher gekommen. Ich glaube an dich. Das ist schön. So, und jetzt? Zurück. Zurück. Wieder raus aus dem ganzen Scheiß. Aktiviert ihr dann wieder ne Reise? Ja. Wenn wir einfach gekauft haben und so. Da bräuchte er bloß inneren. Ich überleg grad. Irgendwie muss ich grad mal gucken. Ich glaube ich lauf richtig. Das sieht zumindest so aus. Ich bin falsch gelaufen. Genau. Sehr cool, wenn ihr mitkommt. Vielleicht lauf ich jetzt richtig. Ah, ne. Ich bin falsch gelaufen. War klar. Ich hab eh bloß noch Shotgun, also so toll wird's eh nie. Und natürlich so mit meinem F-Ding installiert. Ich hab nicht weg den Siebenschuss. Siebenschuss hast du noch? Nex. Ist hier nicht. So, glaube ich kommt nicht mehr auf. Scheiße, ey. Das geht das ja wirklich nicht. Halt. Hier ging's hoch. Da wo vorhin die Kiste war, die Claptrap uns aufgemacht hat. Hier. Ach man. Orientierung. Blind. Blind. Blind Orientierung. Ein Teil wieder tot. Du willst halt mehr auf den Kopf schießen. Ja, mit ner Shotgun. Ja, du kannst auch mit ner Shotgun auf den Kopf schießen. Ja, ey. Warte. Ich versuch's nächstes Mal die Splitter aufzuteilen. Das ist schon wie ner Shotgun funktioniert. Ja, aber die streut ja auch nie unglaublich. Oh, ich hab Revolver bekommen. Aja. Vom her du. Vom heer du. Vom Tekster. Man die lead äh. FäEEET. Go. FäÄT. Ich war verrockt, aber richtig. Führ dich ein, jetzt. Danke. Jetzt brauche ich einen Herz mehr. Danke. Erwischt! So, ich bin auch noch nicht vor. Alter, musst du mal auf mir vollen Weg zerreißen? Jedes Mal, wenn ich schieße, stehst du vor mir? Ja! Doch, ich habe gerade den Berserker-Mod aktiviert. Ja, aber da hast du wirklich, ich habe gezielt... Okay, er ist gerade links zu mir. Ne, wenn ich schieße, geht und drück nach rechts. Na, super. Na, geht halt nicht anders, ich muss ja voll drauf auf den Typen da. Oh, die Waffe ist so geil, der Revolver. Der rockt so fett weg. Was machen die denn? Das ist Leben. Das ist eine Füchengranate. Das ist für mich heilen, weshalb ich voll das Leben habe. Hüchen! Hüchen! Hüchen doch. Na, Knallhacker. Hüchen! Hüchen! Wie geil ist halt! Hüchen! Er findet die Tür nicht! Hüchen! Hüchen! Komm jetzt hier rein! Soh oder fängst um dein Leben testen Schade! Da ist er schon wieder tot. Jetzt waren wir wohl lange. Wie wird's tun, wenn ich nachschuze? Keine Munition mehr. Schade, jetzt bin ich auch zurück. Ich bin wieder 600. Das gibt's doch auch nicht, ey. Ja, und der ist jetzt irgendwo anders. Wo rennt denn der hin? Naja, eben, der rennt durch. Wir haben verrückt. Es wird schon besser. Ich war auch auf dem Weg. Ja, ich bin jetzt nicht dran. Oh, das hat wehgetan. Oh, komm, hier ständig neue Viecher. Ja, wir hier raus müssen. Also brauchen wir an sich bloß durchrennen. Wenn du hier einfach nur raus bist, ja. Oh, nerv. Hier, ich hab fünf Gegner bei mir, das ist so arschlos. Du bist in die falsche Richtung gelaufen, deswegen hast du fünf Gegner bei dir. Ja, du bist in die falsche Richtung gelaufen, deswegen hast du Gegner bei dir. Hier. Hier, runter musst du. Guck mal, wo wir sind. Und nie irgendwo hinloben. Nee, ich bin dort hingelaufen. Nee, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Doch, doch, ich bin vorhin genau in die Richtung gelaufen. Da stand wieder ein Gegner da. Dann war ich einfach tot sofort. Ja, ich bin vorhin. Wolltest du mir immer sagen, nee, das ist nicht so. Doch, das ist halt so. Also ich hab fast nur für die Fittreffer. Ja, ich auch. Oh, wir haben eine SMG. Oh, wir haben eine Moni. Mopo, SMG. So und jetzt? Wolang? Ich bin lecker, wenn wir überhaupt richtig. Wir müssen eigentlich nicht lang lang. Wir müssen eigentlich nicht lang. Wenn wir überhaupt richtig. Na, wir müssen nicht mehr lang. Da geht's raus. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du wirst es nicht bereuen. Oh, Moni. Oh, herrlich. Finde ich nur mit dem Besten zufrieden. Anders, wenn ja alles immer Inseln gucken muss, dann dauert auch lange. Enter. Bin fertig. Mit kaufen und verkaufen. Der Revoir war so fett, ey. Boah. Ins Gesicht. Habt ihr's dann irgendwann mal? Ja, warte doch mal kurz, bitte. Ich bin nie so schnell wie du. Schweigt mich nie so an. So, was hab ich jetzt hier für ausgerüstete? Bild 150. Transklusion. Hab ich denn stehen, was ausgerüstet ist? Was? Ganz unten? Wenn du's vergleichst, ist die ausgerüsteten Sachen immer ganz unten. Nee, ich hab grad Tab angehabt. Achso. Na, das hast du rechts. Was ausgerüstet ist. Höchst effektiv gegen Shields. Ermöglicht Schockschaden. Wir haben sogar einen Quoten-Schwarzen mit drin. Film grad so auf. Und einen Quoten-Geknasti. Warum sind eigentlich alle größer als ich? Das find ich unfair. Ach, hier ist ausgerüstet. So. Fertig. 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 Das Gefühl, Coppy ist grad aufgerüstet. Ach, hier war ich nicht. Nö, doch. Ich hab bloß mal alle meine Skills so durchgelesen, dass du demnächst skillen könnt. So, ich müsste aber auch nochmal reskillen. Ich hab letztens ne bessere Variante. Äh, in den Punkt hab ich auf jeden Fall auch falsch gesetzt. Ja, ich hab auch jeden Punkt falsch gesetzt. Schieße auf Teamkameraden, um sie zu heilen. Ja, toll. Das klappt. Das geht wirklich? Ja. Warte. Ja, wenn... Ja, wenn... Zwei... Zwei Leben bekommst du, wenn ich dich treffe. Ja. Du kriegst kein Leben. Ja. Du kriegst kein Leben. Ja. Da springt er hier über mich drüber, ey. So ein. Oh, schon wieder Gegner. Wir machen wieder ne Stöhne Runde hier. Äh, jetzt! Doch, tanzen und stirb! Oh, den habt's so fetzt! Ah, verdammt, ey! So... Haha! Erwischt! Das alles ned, machen die nicht einfach kattig. Ja, wir sind jetzt erst Level 13, die sind schon Level 12 immer noch. Naja, mich auch, ey. Hm, ich hab's nur gehalten. 300 Schaden, kritisch. Warum ist die Rakete vorbei? Leck mich da halt immer am Arsch, ey. Nee, ich leck dich nicht am Arsch. Das ist ekelhaft, sowas, was mach ich nie. Komm, her, du. Und, geht's. Jetzt geht's nochmal. Dort oben war was. Nie mehr. Nicht mehr. War auch vorhin schon was. Oh, liegt noch. Was liegt denn hier noch? Äh, äh, wir haben über uns einen Racks, wir werden nicht mehr für uns angreifen. Nicht mehr für uns angreifen, schiebe einfach mal drauf. Nee, ich schieße da nicht drauf. Aber die greifen uns glaube ich an, so wie sie sich bewegen. Ja. Greifen uns an. Warte, wir haben gerade ein ganz anderes Problem. Warte, wir haben gerade ein ganz anderes Problem. Ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt. Ich bin noch voll im Leben. Oh Leute. Ja, da ist noch ein A-B-H-R-B-K. Ja, da ist noch ein Winter. Ja, da ist noch ein Winter. Boah, was, ey? Ich bin echt light. Kann ich so geladen, von wo? Ich weiß nicht, dass ich nicht so schulde. Ich hab mir auch Chancen, um zu wissen, wie ich mir gefördert hab. Boah. Ich hab gerade erst den Medikick gegeben. Ich komm, weil die von hinten kommt. Ich komm von hinten. Ich komm wirklich von hinten bei euch. Wir kommen echt von hinten. Genau. Ich hab nicht mehr diese gebraucht. Ich hab nicht mehr diese gebraucht. Ich hab nicht mehr diese gebraucht. Wo ist denn das Zeug jetzt? Dort kommt einer angelaufen. Da kommt noch ein großer. So. Jetzt tratt' ich immer was, ey. Ach, du heilst uns gerade? So ein bissl. Bei mir klappt das nicht. Ich steh ja gerade auf dem Dach oben. Nee, das ist auch nur meine Fähigkeit. Ach so. Ach so. Ich kann es langsam mal ran kommen Was sollst du? Ich glaube ich kann es langsam mal ran kommen Ich stand bevor die ganze Zeit auf dem Dach oben Aber ich kann es nicht mehr zu geben Fangen, bist du der Sniper oder bin ich der Sniper? Ja, ich bin der mit dem Markit-Werfer WTF, jetzt kommen wir schon die Gags von unten Ich bin ja ernst Hier ist gerade wieder eine Combat-Rifle Dort hinten liegt auch noch eine Riffle irgendwie Eine Rüffle? Eine Rüffle Irgendwie so eine Rüffle rum, alles klar Eine Schrotfähne liegt da rum Ich habe keine Muni mehr, was ist denn das für ein Kack? Ja, hol die ruhig hoch Was, wer holt sich denn hoch? Ja, die ist Gags Ich sollte übrigens diesen komischen grünen Schleim kommen, die die Spucken ausweichen Ach, so weich alle ist da Ach, so weich alle ist da Ich mach aber ordentlich Schaden diese grünen Dinger Das war Spaß, Mann Ich sag ja nur Ich sehe hier oben auf einer Klippe und falle die ganze Zeit auf die Viecher Die Pistole in deiner Hand, das ist so göttlich Warum, was ist denn das? Also sieht mini klein aus Kommt gleich, noch was Kommt gleich, noch was Kommt gleich, noch was Ich weiß nicht, dass ich den Muni mehr für den Raketen hatte Toller geworden Nächstes Level Mann, 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 Mann Ein übelstes Fraxengeballer hier So ist das Spiel halt Revolver Muni Ja Ich muss den Raketen wohl nie aufnehmen Wieso steigen deine Combat-Refel kennen, wenn wir nicht ballern? Ja Ich liebe die Revolver Macht ein übelst, übelst ein Krach hier, ey Ja, ich weiß Hinten liegt irgendwo noch eine Waffe, ne? Also, wenn ihr euch die nicht holen wollt, gehe ich mit dir jetzt holen Ich hab die aber aufgenommen Ich hab's so aufgenommen, würd ich behaupten Nee, ganz hinten die, nee Hier liegt nur immer Medi rum, wer's haben will Wir haben alle voll Marco heilt uns ja jetzt so schön Ein Medic Ein Medic On the Medic! On the Medic! 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 Meint echt, du hast die schon aufgenommen Kauf nur das beste Wenn du die Kamer findest, kann ich doch Hier gibt's eine Französchengranate Hab ich schon Und 140 geschielt Mit Schockresistenz Mit Schockresistenz Was hast du grad begonnen? Aber Gubi ist in dem Menü Geh los Lass mal Ja Bin ich grad im Menü und ihr könnt mich fortsetzen Ja